Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Network Marketing ist tot, vielleicht hast du diesen Spruch auch schon mal gehört. Und meistens kommt ja dieser Spruch von Menschen, die ja eben in dieser wunderbaren Branche gescheitert sind. Und sind wir einfach mal ehrlich, um im Network Marketing wirklich erfolgreich zu sein, um wirklich Geld zu verdienen, musst du dich fokussieren und zwar auf zwei Dinge, nämlich erstens das Gewinnen neuer Kunden und zweitens das Sponsern neuer Vertriebspartner. Und wenn du das beherrschst, dann ist die Frage des Erfolgs nur eine Frage der Zeit, wann der Erfolg in deinem Leben sichtbar wird. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie viel Zeit du am Tag auf diese zwei Kernaktivitäten verwendest. Aber eins ist Fakt, wenn du persönlich mit Menschen vor Ort sprechen willst, dann ist deine Zeit einfach nur begrenzt. Ich weiß nicht, wie viele Personen du dein Business am Tag zeigen kannst. Fünf, zehn, fünfzehn, zwanzig. Fakt ist aber eins, MLM, Network Marketing ist ein Quotengeschäft. Das heißt, umso mehr Menschen du dein Business zeigst, umso mehr Menschen werden dann auch Ja sagen und bei dir ein Business starten. Und ja, wie gesagt, wenn du ja mit jedem persönlich sprechen willst, dann ist deine Zeit eben begrenzt. Ja, vielleicht schaffst du fünf, vielleicht zehn, zwanzig Gespräche und stell dir aber einfach mal die Frage, wie es wäre, wenn du anstatt mit zwanzig Menschen sprichst, ja, wovon vielleicht nur zwei ernsthafte Interessenten sind, wenn du ein System hättest, ja, welches schon, ja, die wirklich ernsthaft interessierten Menschen rausfiltert und die Menschen, die kein Interesse haben, dann quasi, ja, von dir fernhält, sodass du nur mit wirklich ernsthaften Menschen sprichst. Weil es macht ja einfach viel mehr Sinn am Tag mit fünf wirklich ernsthaften Interessenten zu sprechen, als mit 20, wo dann letzten Endes nur zwei, ja, vielleicht ihr Interesse bekunden. Wenn dich so ein System interessiert, dann habe ich dir unterhalb des Videos einfach mal einen Link bereitgestellt, wo du dir mein 10-Tage-MLM-Bootcamp anschauen kannst. Dort erfährst du ganz genau, ja, wie du dir so ein System aufbaust, wie du regelmäßig neue Interessenten automatisiert für dein Business gewinnst und wie du dann dementsprechend auch neue Partner für dein, ja, MLM-Business gewinnen kannst. Okay, also, ganz wichtig, fokussiere dich auf zwei Dinge, nämlich das Gewinnen neuer Partner und, ja, dann das Rekrutieren neuer Vertriebspartner beziehungsweise das Gewinnen neuer Kunden. In diesem Sinne wünsche ich dir, ja, maximalen Erfolg, alles, alles Gute, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.